Der ist cool, dieses Ordnungsnoten. Ja, wir haben uns eben, ob wir den mit reinnehmen oder nicht. Ist ja nicht schön. Ja, sind ja noch zwei, die in diesem helleren Rot... Ich finde das toll, wenn die unterschiedlich sind. Ist nicht gut. Hat er eigentlich gesagt, ich habe das ja voll cool. Man soll ja sehen, dass die unterschiedlich sind. Ja, hat er dann auch gesagt, genau. Der ist braun, der ist rot und der ist, ich weiß nicht, ros und orange. Der hat schon so ein geiles Feuerwehrrot. Passt, ne? Der hat den Kohaku so, also... Der kann da inzwischen auch so...